Hallichen und Hallöchen, allgemein ein wertes Hallo und ein herzliches Willkommen auch wieder auf meinem Kanal zurück. Im letzten Video habe ich ja bereits erwähnt bzw. angedeutet, im letzten Video es war ja das Halloween Seasonal Set, die 401-22. Und da hatte ich ja bereits angedeutet, dass ich sich das Set, welches die Wessenwerbung auf der Rückseite der Bauernleitung vom Halloween Seasonal Set war, dass ich das Set ja bereits in meiner Sammlung habe und heute ist es endlich hier auf meinem Präsentationstisch. Und ich werde mal kurz das Review machen. Ich denke mal, fangen wir da mal an. Und zwar, auf der Packung sieht man erstmal hier vorne einen Menschen, den ich für einen Opa gehalten habe und das dann entsprechend für die Oma. Es könnten allerdings, wenn ich mal ganz genau hinschaue, auch jüngere Leute sein, aber irgendwie wegen den grauen Haaren wirken die doch recht alt. Ansonsten ist wieder ein Gebäude auf einer 8x8 Grundfläche, nicht Platte, sondern enthalten. Und die Grundfläche, ja 8x8, aber die Platten sind zweimal diese 4x8er Platten in Lightbrewish Grey, wie es aussieht. Ansonsten ziemlich cool gestaltet mit dem Dunkelrot hier oben, einem Fenster, wie das aussieht, bin mir gerade gar nicht sicher. Schauen wir aber gleich nochmal rein. Und die Rückseite des Sets schauen wir uns auch nochmal an, weil die kann man jetzt auch nicht sehen. Als extra ist enthalten ein Wagen, wo so ein Truthahn drauf ist. Es ist ein Truthahn, glaube ich. Es ist, ich sage einfach mal Truthahn dazu. Mit einem Truthahn drauf und einem Apfel in so einer Schale und unten drunter, das ist so ein zweigestöckiger Wagen, zweistöckiger Wagen, haben wir ein kleines Törtchen. Außerdem noch dabei ein Tisch und zwei, ja Bänke oder Stühle, eher Bänke. Bänke. Schauen wir uns die Rückseite der Packung nochmal an. Nimm, 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 nimm. Die Seite ist nicht sonderlich interessant, wie immer. Und hinten drauf finden wir wie immer eine Bildergeschichte. Oben finden wir erstmal nochmal die beiden Figuren. Die Bildergeschichte habe ich wie immer nicht verstanden. Ich werde sie allerdings trotzdem mal in Reihenfolge zeigen. Vielleicht, erseht ihr ja eigentlich Sinn daraus. Hier finden wir erstmal die beiden Figuren, die enthalten sind nochmal. Hier mit einem grünen Pullover. Und sie mit einer roten Strickjacke oder irgendwie so Wolljacke auf jeden Fall irgendwie angedeutet, dass es ziemlich mollig warm sein soll. Da sehen wir auch schon den Hinter, wie nennt man das, die Rückseite des Sets oder dieses Seasonal Sets halt. Und da sieht man, dass sich hier auch rote Ranken hochrangeln. Also das heißt, es sieht so aus, als ob es die Jahreszeit Herbst andeuten soll. Und er ist hier auch gerade am Kürbisse ausgraben. Also irgendwie scheint da alles auf Herbst hinzudeuten. Er denkt hier oben schon an das Törtchen, welches ja auch im Set enthalten ist. Gehen wir doch mal runter und schauen uns hier die Linie an. Ich hoffe, man kann das erkennen. So, jetzt sieht man hier, wie sie drinnen steht an dem kleinen Wagen. Und das Törtchen oben drauf hat. Und beim nächsten Fotobild sieht man dann, wie er hinter dem Wagen steht. Vielleicht zeigt sie hier auch einfach auf dieses Törtchen und er guckt sich das dann ganz genau an. Ah, okay. Und beim nächsten Bild sieht man dann, ich denke mal, das soll das bedeuten, dass er halt sagt, nee, wir müssen erstmal die Gartenarbeit fertig bekommen und alle Kürbisse ausgraben und dergleichen. Und dann am Ende beim dritten, nee, beim fünften Bild insgesamt, zumindest von der Bildergeschichte, sehen wir dann, wie die beiden glücklich und zufrieden am Tisch sitzen und Erntedankfest feiern. Deswegen, das bedeutet das genau, weil die ja Erntedankfest nur feiern können, wenn sie auch geerntet haben. So sieht's aus. Ja, auf der Packung finden wir sowohl auf der Rückseite, wie ich gerade sehe, als auch auf der Vorderseite so einen Kürbis unten rechts in der Ecke. Und, ähm, ja, vorne rechts auch nochmal. Äh, sonst ansonsten nichts so Spannendes. Sonst finden wir oben wieder, wie immer bei allen Seasonal-Sets, nur das Lego-Zeichen, keine weitere Bezeichnung und dann die Andeutung für eine gelbe Lego-Platte mit einigen kleinen runden Verbuntungen. Und, ja, wenden wir uns doch mal dem Set zu und öffnen die Packung. Die Packung hat, wie alle vorherigen Seasonal-Sets von 2015, wieder nur eine Aufreißlasche, wie man hier sieht. Und, ähm, ja, nicht wieder so eine Cutter-Dingsbombs, wie ich auch im letzten Video schon erwähnte, dass man das mit der Schere öffnen muss. Ähm, allgemein würde ich einfach mal sagen, öffnen wir dieses Set und schauen mal, was sich da drin befindet. Geht gar nicht auf. So, nun haben wir es. Das finde ich immer ein bisschen nervig, dass bei diesen Packungen öfter mal hier unten die Pappe mit abreißt. Aber lässt sich ja nicht ändern. So, wir haben wieder die schicke Bauanleitung im Großformat. Und, was finden wir noch? Ah, hier, da, schaut mal, schaut mal, da. Da sind die beiden, äh, das ist die Werbung für die beiden, ähm, Winter-Sets von 2015, die ja Seasonal-Sets sind. Und die auch noch auf diesem Kanal ganz, ganz, ganz sicher erscheinen werden, weil die einfach so genial gebaut sind. Ich, ich, ich liebe diese Sets einfach. Ich liebe einfach diesen, äh, dieses Weihnachtsmann-Set so unglaublich. Vor allem wegen der Steine, aber auch wegen einfach dieser Szene, weil die einfach so, so cool gebaut ist. Wir finden wieder, wie beim letzten Set, drei Tütchen. Ähm, eine wieder mit richtig kleinen Teilen. Dann kommt eine mit mittleren Teilen und eine mit doch recht großen Teilen. Unter anderem unsere, ähm, hier unsere Dingsbums da, Truthahn. Dings, da sieht man's. Ähm, und, wie bereits angedeutet, zwei viermal Achterplatten in Light Bluish Grey. Ähm, ja, ich denke, wenden wir uns mal dem Aufbauen zu. So, die drei Tüten sind nun zusammengebaut und am Ende kommt genau das dabei raus. 158 Teile wurden hier zusammengesteckt. Zwei Minifiguren gibt es in dem Set. Einen Mann und eine Frau. Und, äh, ja, so ein kleines Wägelchen ist auch noch dabei. Ähm, gekostet hat das Ganze 9,99 Euro und war nur erhältlich im Lego-Shop direkt. Und, ähm, ist es seit ein paar Tagen dort auch nicht mehr. Ähm, ich hab geschaut und bis vor ein paar Tagen hätte man's da noch erwerben können für diesen Preis. Jetzt sind es das allerdings ausverkauft. Ähm, und auch nicht mehr über den Shop oder sonst irgendwo zu bekommen. Ähm, ja, genau. Drei Tüten, eine Bauanleitung und das kommt dabei raus. Ich denke mal, das Set spricht in diesem Fall sogar ziemlich für sich. Ähm, aber wenden wir uns doch trotzdem noch einmal den Figuren zu. Als erste Figur mit dabei haben wir die männliche Figur, ähm, die ich ganz grotesk mal als Opa eingestuft habe. Ähm, aber es kann natürlich auch einfach eine Person sein, die schon doch graue Haare, aber, äh, hat und die einfach ein bisschen älter aussieht. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, aber die sieht sowohl alt als auch doch recht jung aus. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, eine normale dunkel, äh, dunkelgraue Hose, also Dark Blush Grey, soweit ich das erkennen kann. Ein grüner Pullover, den ich, soweit ich weiß, schon mal in einem oder zwei City-Sets gesehen habe. Und das Gesicht kommt mir auch ziemlich bekannt vor. Auch aus City-Sets, soweit ich das gesehen kann. Ähm, die Haare schon mal bekommen in... In Grau sogar bekommen im neuen Star Wars Millennium Falken von Episode 7 bei, ähm, Han Solo, bei dem alten Han Solo, soweit ich das... Doch, ja, ähm, die Haare sind die... sind die gleichen. In der gleichen Farbe auch, nehme ich an. Ich nehme nicht an, dass er Dark Blush Grey Haare hat, der Han Solo. Deswegen nehme ich an, es sind die gleichen Haare. Aber ansonsten kein doppelbedrucktes Gesicht, was ich aber auch nicht erwartet habe, weil das Set dient eigentlich hauptsächlich zum Ausstellen. Zum Spielen, ähm, sind die Season-Sets ja meistens nicht so gedacht. Aber die Rückenbedruckung gibt es trotzdem. Ähm, na gut, die hat auch nicht viel mit Spielen zu tun. Ähm, warum genau steht die Figur so nach hinten gebeugt? Ich habe keine Ahnung. Aber okay, wenden wir uns mal der zweiten Figur zu. Yay! Die zweite Figur ist die Frau oder Oma. Ähm, was bei mir vor allem der Dutt hinten ausmacht, den die Frisur besitzt. Hier, äh, in Dark Blush Grey, soweit ich das sehe. Müsste Dark Blush Grey sein. Aber die ist so leuchtend irgendwie, diese, ähm, diese Frisur. Die, die gibt einfach irgendwie das Licht wieder hier. Die spiegelt so unglaublich, wie man das sieht. Ähm, das hatte ich bisher auch noch nie. Naja, das Gesicht ist mir komplett unbekannt. Die Frisur übrigens auch. Ähm, die ist irgendwie so eine, kommt mir vor wie so eine Asia-Frisur, japanische Frisur. Ebenso wie auch das Gesicht, das dazu passen könnte. Ähm, die Frisur könnte vielleicht im neuen Temple of Air Jutsu dabei sein. Weil die einfach so asiatisch aussieht. Ich weiß nicht, äh, irgendwie sieht die so aus. Ähm, ansonsten normale rote, unbedruckte Beine. Und der Körper ist auch interessant. Ich hab ja vorhin schon gesagt, irgendwie so Wollpullover-artig oder Fleece-artig so. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie lustig. Auf jeden Fall hab ich den bisher noch nie gesehen. Und auch Dark Red Arme, also Arme in Dunkelrot, auch schön passend. Und hinten noch zugeschnürt, ähm, damit man das Bäuchlein nicht sieht. Ähm, und, ja. Die Taille ist wieder angedeutet, wie auch bei den anderen weiblichen Figuren. Und, ja, ich denke, das war's von mir zu dieser Figur. Ich denke, man kann gut erkennen, was das denn für eine Figur ist. Und ich denke, wenden wir uns noch einmal dem Hauptteil zu. Der Hauptteil, oder, äh, grob gesagt, das Gebäude, ähm, wirkt hier einfach sehr detailreich. Muss ich mal anmerken. Und zwar, äh, das, was ich vorhin für ein Fenster gehalten habe, fälschlicherweise ist kein Fenster. Darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen, aber es ist trotzdem schön gestaltet. Ähm, einmal eine kurze Rundumdrehung. Man sieht, sehr schöne Steine wurden verwendet. Dunkelrot, die Farbe hauptsächlich dunkelrot gehalten. Wir haben das Set ja eben schon mal gesehen in der Rundumdrehung. Trotzdem zeige ich es nochmal. Hier die roten Blätter, die ich angedeutet habe, die irgendwie so auf Herbst hindeuten. Ein Halter für Gartengeräte und dergleichen. Und, ja, fangen wir doch einfach mal vorne an. Der Tisch, den ich richtig cool finde, weil er einfach nur wegen dieser Zipfel hier unten an der Tischdecke. Ich zoome mal eben ran. Und, ähm, ja, das, was wir hier sehen, eine dunkelrote Tischdecke mit weißen Zipfeln am Ende. Wie genial ist das denn? Das ist doch, ist doch richtig cool. Also, ich mag das total gerne. Die Zipfel befinden sich auf beiden Seiten. Und, ähm, obendrauf ist halt einfach noch eine Schicht an dunkelroten Legosteinen. Oben drauf befindet sich ein Kürbis, den wir ja auch, äh, wer vielleicht mein letztes Video schon mal, äh, angeschaut hat, äh, oder einfach das Set vom Halloween, äh, Season Set von 2015 besitzt. Da haben wir ja auch diese Kürbisse bei gehabt. Und, ähm, unbedruckte, orangene Köpfe und da drauf halt dieses blümchenartige Gewächs. Ähm, zwei, ja, zwei Tassen stehen hier noch, oder Becher. Und an den Seiten sind noch zwei Sitzgelegenheiten mit, äh, drei Steinen in der Breite, wo wir einfach mal eine Figur eben hinsetzen können. Und es passt halt auf jede Bank eine Figur. Vielleicht, wenn man ein bisschen, äh, quetscht auch zwei, aber ich glaube, es ist eher schwer. Ähm, ja, der Schrank dahinter, den wir hier sehen, den finde ich einfach nur lustig wegen der angedeuteten Schubladen. Und es ist ein Schrank, wie ich schon erwähnte, es ist kein Fenster. Es ist ein Weinlager. Das leider, leider, leider ziemlich schwer ist aufzubekommen. Ja, nur mit sehr viel Gewalt, äh, Feinfühligkeit natürlich. Ähm, wir sehen, wenn wir es mal irgendwie ins Licht kriegen, da hinten ist eine Weinflasche drin. So eine normale, typische grüne Weinflasche. Das war, äh, auf der Packung oder auf der Bauanleitung nicht zu erkennen. Und zwar aus dem Grund, das, wenn wir das mal hier betrachten, ähm, dass die Weinflasche auf dem Tisch stand. Und somit das Fenster doch recht, äh, als Fenster aussah. Aber letztendlich ist es hier doch ein, so ein, so ein, so ein, so ein Wein, äh, Weinkellerartiges, ja, Lager, äh, für, ja, Weinflaschen halt. Erinnert mich sehr an das, äh, Parisien Restaurant, äh, weil da ja auch so ein Weinregal ist. Er hat das allerdings in, äh, braun gehalten, was ich auch ziemlich cool finde. Aber hier in dunkelrot und dann noch mit diesen Tarn und Sandfarben dazu. Ah, das passt echt gut. Wir haben hier, ähm, noch eine Pflanze, die man auf der Bauanleitung gar nicht bemerken konnte. Oder auf der Verpackung. Äh, die hab ich auch nicht gesehen erst. Und, ähm, ja, in so einem hellgrünen Blumentopf und so. Ja, Pflanze halt. Und oben befinden sich noch zwei Flaschen oder irgendwelche, zumindest irgendwelche Gefäße, wo ich denke mal, dass das, äh, Gewürze sind, weil die befindet sich halt in der Küche. Ich nehme an, dass es so Salz und Pfeffer sein sollen. Oder Getränke, die halt dann hier eingefüllt werden, äh, wenn man mal zufällig keinen Wein trinkt. Zusätzlich befindet sich hier noch ein Knopf, den ich allerdings nicht identifizieren kann, weil es irgendwie keinen Sinn ergibt. Und dieser Knopf ist irgendwie nirgendwo zu da. Und was das sein soll? Hm, keine Ahnung. Die Rückseite. Ähm, ja, auf der Rückseite befindet sich ebenfalls ein Regal. Das ist irgendwie lustig. Ähm, da nehme ich allerdings an, dass es sich hier um Dünger oder Insektenvernichtungsmittel handelt, weil es ja irgendwie im Garten ist. Äh, aber ich denke eher, es handelt sich um Dünger, weil die ja Kürbissahnen pflanzen, wie man auf der Rückseite der Verpackung gesehen hat. Und es ist noch ein Halter für Gartengeräte, wo ja auch eine Forke und eine Schaufel dabei sind. Und rechts die angedeuteten Blätter. Des Weiteren werden hier noch ganz, 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 ganz coole Steine verwendet, die ich richtig gerne mag. Ähm, leider ist das Set schon ausverkauft, werde ich mir die Steine wohl irgendwie nochmal bestellen müssen. Ähm, ja, ich denke mal, das war's zu diesem Teil. Die Wand hinten ist weiß gehalten und die Wand vorne dunkelrot. Beides super Farben und passen auch super zusammen. Und obendrauf gibt's nochmal, ähm, zwei, äh, zwei mal Vierer Tiles in weiß, die das Ganze zusammenhalten. Ähm, ja, einen Part gibt's ja noch, und zwar den kleinen Rollwagen. Ja, ja, der Rollwagen ist eigentlich ziemlich lustig gebaut. Ähm, unten, also er ist zweistöckig und unten drunter ist eine Torte, die bei mir ein bisschen demoliert ist, wie ich bemerken muss. Ich zeig das auch gleich nochmal. Ähm, und obendrauf befindet sich halt ein kompletter Truthahn und eine Schale mit einem roten Apfel drin. Der Truthahn finde ich besonders cool, weil er halt aus drei Teilen besteht und nicht nur aus einem. Somit kann man die Schenkel einzeln abnehmen. Den kennt ihr wahrscheinlich schon. Ähm, Moment. Ich kann ja mal eben so irgendwie versuchen zu zeigen. War auch beim Erntedankfest letztes Jahr dabei, aber diese Schenkel und dann sieht der Truthahn halt so aus. Oder ist es eine Gans oder was auch immer gegessen wird bei Erntedankfest. Ich feiere nicht so Erntedankfest mäßig. Und deswegen, naja, ähm, auf jeden Fall... Oh, die Sonne kommt raus, wie ich gerade bemerke. Ähm, zweistöckiger Wagen und darunter sind Räder. Das heißt, man kann ihn also auch schön rollen lassen. Ein Griff auf einer Seite des Wagens, auf der anderen ist keiner. Und ansonsten braune... braune Teile als verdeckt. Und jetzt sehen wir uns doch nochmal das kleine Dilemma an, was Lego anscheinend bei meinem... äh, Kuchen passiert ist. Moment, ich komme mal eben näher ran. Kann man schon gar nicht erkennen. Also obendrauf sieht man es. Ähm, da hat man gerade gesehen, das ist... Na, was mache ich denn heute? Ähm, also auf jeden Fall in den Linien hier sind auch nochmal Kratzer und da ist schwarz drin. Also in diesen Linien, die sich hier so rumkringeln. Das sind so Kratzer drin und dann ist das hier hinten nicht gut mit der Farbe verarbeitet. Also irgendwie ganz komisch. Ähm, naja. Ja, den Kuchen kennen wir unter anderem als dieses Teil auch schon aus dem... ähm... aus der Minifiguren-Serie Nummer 5 von dem Clown. Da war auch dieser gleich... genau der gleiche Kuchen dabei. Und... ja, in dem Fall macht das nicht so viel. Also ich habe also noch einen Ersatz. Ja, an Bauan... äh, Quatsch, an Bauanleitungen. An Ersatzteilen gibt es diesmal auch schon wieder eine ganz schöne Menge. Äh, vor allem viele enthalten sind die, äh, 1x1-Platten. Also hier diese hier und, äh, auch die in Round. Äh, da haben wir eigentlich den Großteil der Ersatzteile. Ansonsten noch zwei Blümchenteile und eine... äh, ein... ein Tile-Teil. Klingt doof, ist aber so. Und das war's auch schon mit den Ersatzteilen. Insgesamt hatte zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun Ersatzteile. Macht auf den Gesamtwert von dem, äh, von dem Set noch dazu. Macht das 100. Und sieben und... äh, 60. 167 Teile insgesamt. Lässt sich sehen. In der Bauanleitung werden zuerst einmal die Figuren gebaut, wie man hier sehen kann. Und danach folgt das Gesamtset mit den zwei 4x8er-Platten. Das geht dann bis Seite 17. Nein, noch weiter bis Seite... 94, 25. Und danach folgt der Rollwagen. Und auf Seite 30 befindet sich nochmal ein Gesamtbild. Und danach kommen die, 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 die gesamten Teile. Und hinten drauf, wie schon bereits erwähnt, äh, die Wintersets 2015. und 15. Mein Fazit für das Gesamtset lautet unbedingt kaufen. Also zumindest, wenn ihr es noch irgendwo kriegt, weil im Lego Shop ist es ja letztendlich ausverkauft jetzt. Und ja, ich kann nur sagen, es ist von meiner Meinung nach sogar noch besser gebaut als das Halloween Set. Und das muss was heißen, weil ich bin ein riesiger Halloween Fan. Insgesamt finde ich besonders diese Tischdecke ganz cool. Aber auch die vor allem diese Rückseite. Vor allem die Rückseite mit diesen Blättern hat es mir angetan und diesem Halter da. Also es ist einfach ein wirklich, wirklich schönes Set. Der Wagen macht dazu einfach auch noch ein schönes Gesamtbild und mit dem Truthahn dabei. Ja, ich feiere das einfach. Das Weitere ist auch noch lustig, dass wir hier diesen Kürbis dabei bekommen. Der allerdings irgendwie nur noch Nebensache ist. Und die grüne dieser grüne Blumenkübel ist eigentlich auch nett zu bekommen. Gibt irgendwie noch so ein architektonisches Juwel. Macht das zu einem architektonischen Juwel. Und ja. Dann finden wir hier die Minifiguren. Also ich bin ja ein Freund von Minifiguren. Und die Minifiguren im letzten Set fand ich auch ganz cool. Aber irgendwie sind diese hier nicht so wirklich was Besonderes. Höchstens die Frau noch, weil wir sie noch gar nicht gekriegt haben. Aber ansonsten die Teile, die beim Mann verwendet wurden, ja, hat man irgendwie auch schon mal gehabt. Aber es ist einfach nett, die noch mal in der Sammlung zu haben. Und in diesem Set sehen die einfach nur cool und grandios aus. So. Ich denke, das war's mit meinem Fazit zu diesem Set. Nun, es ist an euch zu entscheiden, wie genau, also ob ihr das noch kaufen wollt, weil ich denke, dass es sich auf Ebay doch jetzt schon die Preise ein wenig höher befinden als 9,99 Euro. 158 Teile sind enthalten. Es ist die Nummer 4 0 1 2 3. Und ja, wenn ihr Interesse habt, dann schaut euch einfach mal um auf Ebay, Amazon oder sonst irgendwelchen coolen Internetseiten, wo man schön Lego einkaufen kann. Das war's mit meinem Review zum Erntedankfest-Set von 2015. Wenn's euch gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wissen wollt, was noch so auf meinem Kanal erscheinen wird in nächster Zeit, dann klickt doch mal den Abonnieren-Button. Und ja, ansonsten schreibt doch mal in die Comments, wenn ihr noch irgendwas habt, was euch nicht so gefällt. Oder wenn's euch gefällt, schreibt's mal in die Comments. Oder wenn ihr irgendeine Meinung habt, schreibt einfach irgendwas in die Comments. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Ansonsten, wer das letzte Video verpasst hat, das Halloween-Set von 2015, der schaut doch mal nach rechts, da verlinke ich das dann. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!